Ja, die Typ hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Learn Japanese to Survive Heragana Battle und tja, wir kommen jetzt endlich tatsächlich zu neuem Content, den wir auch im Rahmen des Livestreams noch nicht gesehen haben und müssen wir mal wieder für die späte Folge heute haben, Dienstag den 21.06. im längsten Tag des Jahres ja, eine Entschuldigung aussprechen, da ich ganz vergessen habe, dass heute 18 Uhr das Deutschlandfußballspiel ist und ich nicht daran gedacht habe, dass ich vielleicht da irgendwann vorher die Folge aufnehmen müsste und mache es jetzt deswegen nach dem Spiel und nehme auch ein bisschen länger hintereinander auf, mehrere Folgen jetzt das heißt, es wird dann wahrscheinlich keine große Abmoderation und Anmoderation in den nächsten paar Folgen geben tja, wir hatten in der letzten Folge den ersten, ja, Bosskampf, wenn man so möchte, hinter uns gebracht wir laufen jetzt hier gerade wieder in der Stadt rum, frage mich, ob die Leute eigentlich was anderes sagen oder ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt schon überprüft hatte Hä? Ich kann das Geld nicht finden, was ich hier in einer Vase in der Nähe versteckt habe Wo ist es hin? Das waren meine gesamten Lebensersparnisse Zwei Popel-Legien, von denen ich mir ein halbes Grünmi-Bärchen kaufen kann Okay, der sagt nichts Neues, der hat uns am Ende der letzten Folge noch komisch angeschnüffelt Ja, ne, ansonsten die sagen nichts anderes Gut, dann wird es wohl, denke ich mal, Zeit für die nächste, ja, Lernlektion mit Mary, wie es aussieht Willkommen zurück, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Unterrichtsstunde Ich habe etwas Besonderes für heute vorbereitet, für die heutige Lektion Bevor wir mehr hier Hidagana lernen, werden wir einige japanische Vokabeln lernen Genau, lasst uns japanische Vokabeln lernen Also tatsächlich jetzt Vokabeln lernen auch schon zwischendrin, dann und wann mal Wir haben ja bis jetzt 15 Zeichen gelernt, zwei Hidagana-Reihen Wobei bei einer Reihe man eben mit den Dakten, mit den zwei Strichen noch so eine Art wie eine Art Extra-Reihe machen kann Deswegen, ja, da kann man auch einige Wörter schon mitbilden Selbst mit der ersten Reihe kann man schon ein paar Wörter bilden, wie A, O, I beispielsweise Also Blau oder Ei mit A und I, entsprechend dann Liebe und sowas Na gut, dann haben wir jetzt tatsächlich ein bisschen Vokabular Genau, damit wir ein bisschen mal eine Abwechslung haben oder eine Pause davon, dass wir jede Lektion immer Hidagana lernen Werden wir das Ganze ein bisschen vermischen und auch dann und wann immer mal Vokabeln lernen Und wir werden in jeder Lektion 10 neue Wörter lernen Und während wir dabei sind, werde ich dann immer, ja, vormachen, wie man das Wort liest und jedes einzelne Wort auch betont Und ihr werdet auch sehen, wie jedes einzelne Wort in Hidagana geschrieben ist, basierend auf den Hidagana, die wir bis jetzt kennengelernt haben Genau, ich werde euch mal das erste Wort zeigen und damit vormachen, wie die Vokabelunterrichtseinheiten funktionieren werden Okay, dann kümmern wir uns mal den Text da oben Eigentlich ein bisschen doof, dass wir jetzt tatsächlich damit etwas anfangen, was man noch nicht unbedingt gänzlich in Hidagana lesen kann Ich weiß nicht, ob das dann nicht eher verwirrend ist, aber nur gut Okay, dann kümmern wir uns mal um den Text da oben Die erste Zeile in blau ist, wie man das japanische Wort in Romaji, also nur mit Buchstaben schreibt Genau, Romaji ist ein System, welches dazu gemacht ist, also ein Silbensystem Um, nee Quatsch, ein System, äh, Transkribationssystem, ich weiß gar nicht mehr, wie man es richtig sagt Um japanische Worte, Töne und dergleichen im englischen bzw. lateinischen Alphabet darzustellen Ja, Romaji sind sehr üblich, sehr verbreitet und es gibt eine gute, ja, es ist definitiv wahrscheinlich, dass du schon mal darüber gestolpert bist Ähm, ja, Wörter, welche vom japanischen, zum Beispiel, achso, Wörter, die aus dem japanischen entlehnt sind, benutzen, zum Beispiel Romaji Da kannst du an Wörter wie Tsunami, Karaoke, Sensei, Sushi, Samurai, Judo, also Judo, wie wir es aussprechen, Karate und so weiter denken Huch, da habe ich mir aus Versehen falsch hingeklickt Ja, Romaji sind für uns natürlich super einfach und, äh, super simpel und super einfach zu lesen Und je mehr Hiragana wir allerdings lernen, ähm, desto mehr bekommt man dann auch ein Gefühl und Verständnis dafür Ähm, ja, wie die Silben im japanischen benutzt werden Und dann wird man in der Lage sein, sowohl Wörter in Romaji als auch in Hiragana zu schreiben Genau, für die Vokabeln, die wir lernen, kann man sozusagen die Romaji-Lesung so lange benutzen Bis wir die relevanten, also in dem Wort vorkommenden Hiragana gelernt haben Was uns zu der nächsten Zeile bringt, die in schwarz geschrieben ist Ja, das ist die Hiragana-Schrift von einem Wort Und je fortgeschrittener die Lektionen dann werden, desto mehr Hiragana werden wir lernen Und desto mehr werden die Worte, die dann da geschrieben sind, immer weiter in Hiragana auch tatsächlich geschrieben werden Also, dass das H dann auch tatsächlich mit dem Hiragana H geschrieben ist, was wir hier sehen Wenn Silben benutzt werden, die wir noch nicht gelernt haben, werden sie in Romaji angezeigt Deswegen haben wir in unserem Beispiel hier oben, ähm, dieses H in Romaji und das I, was wir schon gelernt haben, in dem Hiragana I Genau, H haben wir ja noch nicht gelernt, aber I schon Und diese Bindestriche dazwischen, die sollen einfach nur symbolisieren, ähm, die sollen die Lücke zwischen den einzelnen Silben symbolisieren Und man schreibt diese natürlich nicht mit, wenn man irgendetwas in Hiragana oder Romaji schreibt Und dann haben wir noch diese orangene oder orange-rote Linie da unten Das ist die englische Übersetzung des Wortes Ähm, und da ein denkbar schlechtes Beispiel gewesen, muss ich an der Stelle eigentlich mal sagen, von dem Spiel Ähm, und deswegen, das, was hier steht, teilt uns also mit, dass die Bedeutung des japanischen Wortes, ähm, ja, im Englischen ist Super Tja, außer dass high unglaublich viele Sachen bedeuten kann High ist zum Beispiel auch wie bitte, oder so nach dem Motto Also high ist nicht nur high, also nicht nur ja, sondern kann auch nein sein, oder wie bitte, oder was auch immer Als nächstes, ähm, werden wir uns dann darum kümmern, wie man das Wort richtig ausspricht High Da haben wir es gerade gehört Und dieses Wort klingt wie high, also die Begrüßung high, oder high im Sinne von hoch, oder auf Deutsch, äh, high, wie der high, Fisch, oder so Naja, wie gesagt, die Beispiele, die hier kommen, werden natürlich auch immer zu englischen Wörtern sein Auf die werde ich nicht unbedingt immer gänzlich eingehen Versuche vielleicht eine Äquivalenz, äh, zu finden im Deutschen, so mir was spontan einfällt Tja, ähm, erinnerst du dich allerdings, wie das I, also das, ähm, wie die Silbe I, eigentlich wie ein I, also Il, also ein I sich angehört hat Im Wort, also das Wort high wird tatsächlich H-I, ähm, betont Aber, da die japanische Sprache durchaus in einer hohen Geschwindigkeit, äh, gesprochen wird Kommt es durchaus dazu, dass dann, ja, sich Töne oder Vokale miteinander verschleifen Also, dass sie ineinander fließend übergehen Also, statt H-I, 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 also es irgendwann zu high wird Genau Was, General Rule of Thumb Was ist eine Rule of Thumb? Muss ich mal ganz kurz gucken Thumb kenne ich nur als Daumen Rule of Thumb Ach, Erfahrungsregel, Faustformel, Faustregel, höh Konnte ich so noch gar nicht, gut zu wissen Ähm, also die Faustregel beim Japanisch sprechen Ist, ähm, dass sich der Ton, ja doch, der Ton, das Phon von den Silben nicht verändert Ähm, unabhängig davon, welche Silbe folgt Äh, an so welcher Silbe sie folgen oder welcher sie voranstehen Was auch nicht ganz richtig ist, wenn man es wirklich sehr, sehr streng nimmt Zum Beispiel mit der Silbe M, also mit dem N, wie wir es sagen, wenn wir das noch lernen Da gibt es auch ein Beispiel, dass es eben nicht gänzlich gleich, exakt gleich ausgesprochen wird Und eigentlich hier das Hai ist auch schon ein Gegenbeispiel, dass es eben nicht Hai, Hai ist, sondern Hai, Hai Aber naja Ja, wir alle wissen, dass, na gut, mit Englisch als Gegenbeispiel ist das durchaus richtig Wir alle wissen, dass englische Wörter, Wörter ihre Aussprache in seltsamen Arten und Weisen verändern Und, ähm, sie nicht unbedingt so ausgesprochen werden, wie sie geschrieben sind Eines meiner Lieblingsbeispiele ist dann mal Read, Read, Red, Red Also, äh, lesen, gelesen und so weiter Was dann aber gleich, exakt gleich geschrieben wird R, E, A, D, aber anders ausgesprochen wird Was eigentlich immer ein Mysterium irgendwie war Im Japanischen allerdings hat jede Silbe größtenteils, sagen wir mal zu 95%, eine ganz spezifische, ähm, Aussprache Äh, genau, also mit, äh, egal in welchem Zusammenhang sie auftauchen, in welchem Wort auch immer sie da auftauchen Es gibt ein paar kleine Ausnahmen Okay, dessen sind sie sich auch bewusst Aber nichts, womit wir uns jetzt, ähm, zu diesem Zeitpunkt oder zu dieser, ja, zu diesem Zeitpunkt des Lernen, stimmt Man steht ganz am Anfang, da sollte man nicht gleich mit Haufen Ausnahmen anfangen Da kann man erstmal so davon ausgehen, ja, zu wissen, dass es Ausnahmen gibt Aber das sind 95% der Fälle, dass es wirklich gänzlich gleich ist Möchtest du dir nochmal die Aussprache von Hi anhören? Hi Hi, äh, ja, will ich Hi 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 Fisch Hi Hi Okay Na gut, dann machen wir mal weiter Ich schätze mal, die weiteren Worte werden jetzt nach der langen Einführung für das erste Wort ein bisschen kürzer ausfallen Dann schauen wir uns mal das zweite Wort an I I I bedeutet nein Ähm, genau, das hier ist ein interessantes Wort, weil es ausschließlich von Vokalen gemacht wird Deswegen sehen wir hier oben auch I I Ähm, ist oben mit I, I, E geschrieben Das sind alles Vokale, die wir schon kennen Deswegen ist auch das Hiragana-Wort dort komplett in Hiragana geschrieben I I Nein I I Ähm, wenn es darum geht, sich mit, ähm, wiederholten Vokalen zu beschäftigen, so wie es bei I der Fall ist Dann verlängert man einfach den Klang des Vokals Es ist nicht so, als würde man den Vokal zweimal, ja, wiederholen oder betonen Deswegen sollte man da gut drauf aufpassen Also es ist nicht I, I, E, Sondern, also es ist nicht I, I, E, Sondern I, E I-e. 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 Genau. Weiter geht's. Dann ab zum nächsten Wort. Watashi. Watashi. Watashi ist das japanische Wort für ich. Und ja, wird eben benutzt als Pronomen oder als, ja doch, als Pronomen für einen selbst. Und, äh, it's not a substitute for the letter I. Also es ist kein, ah, substitute fällt mir jetzt nichts gut an, äh, gutes I, kein Äquivalent. In dem Fall hier, substitute, ich guck mal ganz kurz, substitute, Äquivalent oder irgendwie sowas, äh, Ersatz, Vertretung, Stellvertreter, ja, irgendwie sowas in der Richtung, also für das, für den Buchstaben I. Ich freue mich immer, warum man das extra erwähnen will, also Watashi, als ganz allgemeine Ich-Bezeichnung, es gibt ja noch viele, viele andere, der ihr euch bestimmt auch dann und dann bewusst seid, Boku, Ore, Oida, Washi, Watashi und so weiter und so fort. Watashi. Du wirst Watashi häufig in, ähm, in Gesprächen benutzen, wenn du von dir selber sprichst. Es ist ein recht formelles und höfliches Wort. Ja, es gibt noch weitere umgangssprachlichere Wörter, äh, um sich selbst zu bezeichnen, aber die hebt man sich dafür auf, wenn man mit Freunden oder Familie redet. Möchtest du es nochmal anhören? Watashi. Jupp. Watashi. 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 Okay, reicht. Bereit für Wort Nummero 4? Anata. Anata. Anata ist das japanische Wort für Du und wird benutzt, wenn man, ja, wenn es, wenn man eine Person anspricht, zu der man spricht. Also, wenn man eine Person anspricht, mein Gott. Und, ja, da haben wir bis jetzt nur das A gelernt, deswegen ist es hier dann Anata abgetrennt in der zweiten Zeile. Das wird so viel wie Du. Kann auch durchaus als so Darling-Schatz oder so Anrede verwendet werden, was dann immer so für, ja, wie kann man das sagen, für so leichte Späßchen und so weiter auch benutzt wird in Anime-Serien oder in Televie-Dramas und so weiter und so fort. Und habe mir auch sagen lassen, dass es nicht zwingend das höflichste Anrede-Wort ist, aber vielleicht kommt das auch im Folgenden noch, sondern dass man im Idealfall den Namen plus San oder irgendwie dahinter sagt. Anata. Anata. Oder eben generell den Namen, also, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Aya kennt, dann sagt man nicht, äh, Anata war, sondern Aya war,それを食べたことがありますか. Aya, hast du das schon mal gegessen? Also nicht hast du das schon mal gegessen, sondern mit dem Namen daneben zusammen, wenn man jetzt schon gut befreundet ist und kein San, Chan, Kun oder sonst was benutzt. Genau. Also, das hatten wir schon. Tadadada. Genau, hier wird das dann auch erwähnt, kann im falschen, also in gewissen Kontexten, äh, im falschen Kontext als durchaus unhöflich angesehen werden. Und meistens wird man, wenn man mit jemandem spricht, benutzt man seinen Namen. Das klingt im Englischen zwar komisch, aber im Jepanischen ist das normal. Anata. 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 Gut, das sollte reichen. Bereit für Wort Nummer 5. Ähm, der Rest von den Wörtern in dieser Lektion, äh, ddd, A for Objects Used to Instructing. A bezieht sich auf Gerätschaften, Objekte, was auch immer, die benutzt werden beim Lernen. Ähm, okay, schau dich um. Im Idealfall hast du die meisten Dinge davon um dich rum. Also wahrscheinlich, ähm, sowas wie Notizblock und Stifte, den man ja immer mehr dabei haben sollte zu Beginn der Lektion, was uns gesagt worden ist. Schauen wir mal. Dachte ich mir fast, dass das als erstes kommt. Pen. Pen ist das japanische Wort für Pen. Wer dachte das? Das ist ein, also, ne, wer dachte das? Wer hätte das gedacht? Das ist ein Wort, das tatsächlich aus dem Englischen entelehnt worden ist. Und da kennen wir beide Besilben noch nicht, daher an der Stelle hier einfach nur Pen. Pen. Es ist ein einfaches Wort und es wird sogar gleich ausgesprochen. Pen. Also wie im Englischen. Ähm, ddd, dd. Wenn man Wörter aus, äh, die man entlehnt hat aus anderen Sprachen im japanischen Schreibt, würde man normalerweise keine Hilagana benutzen, sondern stattdessen ein anderes, äh, Silbenset, welches sich Katakana nennt und speziell für, ähm, ausländische Wörter, also für Lehnwörter benutzt wird. Aber da diese Software hier sich damit beschäftigt, äh, die Hilagana zu lernen, werden wir auch jene entlehnten Wörter aus anderen Sprachen wie Pen in Hilagana und Olomaji schreiben. Möchtest du dir die, ja, Aussprache nochmal anhören? Natürlich. Pen. 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 Da klingt es fast wie so Pen, 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 Pen. Pen. Okay. Weiter geht's. Bereit für Wort Nr. 6? Enpizu. Enpizu. Enpizu ist das japanische Wort für, ähm, Bleistift, genau. Jetzt muss ich auch ganz kurz überleben. Überleben vorallerdings. Überlegen. Da haben wir bis jetzt auch nur das erste Hilagana gelernt, das E. Alle anderen kennen wir noch nicht. Vor allem dieses Zwischen-N, was wir auch bei Pen hinten hatten, das wird wahrscheinlich das letzte Hilagana sein, was wir lernen. Genau. Enpizu. Enpizu. Da haben wir's. Es ist ein bisschen schwierig auszusprechen, deswegen, ja, hör dir die Aussprache ein paar Mal an und, äh, versuche es dann nachzusprechen, langsam. Möchtest du es nochmal anhören? Natürlich. Enpizu. 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 Gut, das hat reichen. Bereit für Worte Nummer 7, natürlich. Oh, da hab ich jetzt noch drüber geredet. Ja, von dem hier kennen wir tatsächlich schon zwei von drei Silben, hinten das Ku und das E. Tsukue. Tsukue. Da wird's bestimmt gleich was zum Verschlucken des U sagen beim Zug, könnte ich mir vorstellen, hier an dieser Stelle. Tsukue ist das japanische Wort für Tisch. Tsukue. Möchtest du es nochmal anhören? Ja. Tsukue. 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 Mich wundert, dass sie nicht sagt, dass hier bei diesem Tsukue, das Zu, also das U beim Zu relativ deutlich verschluckt wird, im Gegensatz zum Kue, zum Beispiel Tsukue. Tsukue. Also das I und U kann manchmal, wenn es so vor diversen Konsonanten steht im Japanischen, also Silben, die mit dem Konsonanten beginnen, durchaus verschluckt werden, dass man es dann eigentlich kaum noch hört. Tsukue. 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 Wundert mich, dass es hier gar nicht angesprochen wird, weil ich glaube, bis jetzt war das noch gar nicht Thema. Isu. Isu. Hier haben wir dann Wort Nummer 8, Isu. Isu ist das japanische Wort für Stuhl. Isu. Isu. Willst du es hier nochmal anhören? Natürlich. Isu. 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 Hier haben wir bis jetzt nur das I gelernt. Isu. Das Zu kommt, glaube ich, ziemlich spät erst. Isu. Isu. Stuhl. Bereit für Wort Nummer 9? Hon. 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 Hon ist also, ja, das japanische Wort für Buch. Hon. 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 Gut. Und bereit für Wort Nummer 10? Noto. Noto. Äh, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ist es wirklich nur Noto? Weil ich war immer der Meinung, dass es Noto ist, also mit einem langgezogenen O. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob Wadoku auch tatsächlich Noto kennt, Dake. Nee, das müsste eigentlich hier an der Stelle Noto sein. Hm. Na, mal sehen, ob das gleich noch unten erwähnt wird. Also eigentlich müsste es Noto mit einem gelenkten O sein. Hm. Hm, das ist dann jetzt hier schwierig eben, weil dieses, dieses Längungszeichen, das gibt es eigentlich für die Hiragana nicht. Da müsste man es irgendwie mit Doppel-O oder O-U schreiben. Ähm, während es bei den Katakana so einen schönen Längungsstrich einfach gibt für die Längung von Vokalen. Ich hoffe, das wird jetzt hier noch irgendwie erklärt. Noto. Noto ist das japanische Wort für Notebook. Noto. Hey, sie spricht es wirklich Noto aus. Aber das stimmt nicht. Also ich habe noch nie einen Japaner Noto sagen hören. Das ist Noto. Hm. Ähm, was hier dann irgendwie ein Zeichen entweder schlechter Recherche ist von dem Spieleentwickler, der ja kein Japaner oder sowas ist. Also das hier nicht so merken bitte. Also das ist wirklich, äh, ich werde das denke ich mal hier einblenden dann beim Schneiden, wie es eigentlich in Katakana geschrieben wird. In Hilagana schreibt man normalerweise den Längungsstrich nicht. Ich werde wahrscheinlich bei den Hilagana trotzdem der Einfachheit halber einfach mit reinnehmen. Ähm, und dann zeigen, wie es eigentlich wirklich, wirklich aussehen müsste. Also hier das Notizheft wird eigentlich nicht Noto, sondern Noto, mit einem langgezogenen O gesprochen. Noto. Deswegen, Noto. Noto. Die Aussprache da, vergesst es, hört es euch nicht nochmal an. Das ist das Ende unserer ersten Vokabellektion. Jetzt kennst du zehn japanische Wörter, die von nun an sehr nützlich sein werden. Gut gemacht. Und jetzt kümmern wir uns um die nächsten Hilagana. Ähm, möchtest du den, ja, Fortschritt speichern bis hierhin? Das machen wir natürlich. Ich sehe auch gerade, wir sind bei 20 Minuten. Dann ist das hier denke ich mal ein ganz guter Schlusspunkt für, ja, diese Folge hier. Ich schätze mal, die nächste Folge wird dann sich hauptsächlich, äh, mit dem, mit dem nächsten Hilagana-Set beschäftigen. Und vielleicht noch so den groben Anfang von, wo es, wo auch immer es uns im Anschluss hin verschlägt. Also ein bisschen Story weitergehen. Das ist jetzt aber hier die erste große Vokabellektion mit zehn Vokabeln, die wir gelernt haben. Und noch so ein paar andere kleine Nice-to-Know-Sachen, die da zum Japanischen mit dazugehören. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bisher her. Ich speichere jetzt hier mal ab. Genau. Und das nächste Hilagana-Set lernen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, Matane. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Und, ja, bis zum nächsten Mal, Matane. Tschüss.